Am 9. Oktober findet ja, wie berichtet, die Bundespräsidentenwahl statt. Über 20 Bundespräsidentschaftsanwärter gab es. Jetzt hat es eine Handvoll geschafft, die nötigen Unterstützungserklärungen zusammenbekommen. Einer, der es nicht geschafft hat, sitzt jetzt bei mir im Studio, Johann Peter Schutte aus Willering bei Linz. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass ich da sitzen darf. Selbstverständlich. Peter, du hast gut über 3000 Unterstützungserklärungen zusammenbekommen. Ein gutes Ergebnis, wenn man so will. Du bist vor allem den Menschen im Corona-Maßnahmenwiderstand ein Name. Dort kennt man dich. Du bist in ganz Österreich sehr umtriebig gewesen. Du warst bei zahlreichen Demos vertreten. Wie zufrieden bist du mit dieser Summe an Unterstützungserklärungen, die du in jetzt schlussendlich zusammenbekommen hast? Ach, ich bin sehr zufrieden. Es wäre natürlich schöner gewesen, über die Sechs zu springen, doch realistisch eigentlich gar nicht möglich, weil man die Präsenz in den Medien nicht hat, die Bekanntheit nur dort punktuell hat, wo man auch wirklich persönlich vertreten ist und vielleicht noch bei ein paar Leuten, die man jetzt über Telegram oder andere Videokanäle erreicht. Doch wenn ich mir anschaue, dass es Wettbewerber gibt, die vor sechs Jahren schon angetreten sind oder schon fünf Jahre darauf hinarbeiten und nicht einmal die Hälfte dessen gesammelt haben, was ich geschafft habe, da bin ich mehr als zufrieden. Nichtsdestotrotz, wir müssen darüber sprechen. Du und dein Team, es waren ja auch mehrere Menschen dabei bei dir, die dich unterstützt haben unmittelbar. Euch sind gerade bei den Unterstützungserklärungen einige Ungereimtheiten immer wieder aufgefallen. Kannst du uns da Beispiele nennen? Ja, ich meine, am bezeichnendsten war bereits der erste Tag, der 9. August. Ich bin extra früh aufgestanden, weil wir haben uns vereinbart gehabt, dass wir uns zu fünft oder zu sechst auf dem Gemeindeamt treffen, gemeinsam die Unterstützungserklärungen unterzeichnen. Und bereits um 8 Uhr hat das Telefon geläutet. Da ruft mich ein Freund an und sagt, du, ich wollte jetzt gerade eine Unterstützungserklärung beglaubigen lassen für dich. Die machen das heute noch nicht, weil sie dürfen nicht. Da habe ich mir gedacht, das kann irgendwie nicht stimmen, habe noch einmal überall nachgeschaut, wo ich meine ganzen Aufzeichnungen habe und habe dann bereits schriftlich und auch mündlich das Innenministerium davon in Kenntnis gesetzt. Und da hieß es, ja, man wird sich gleich darum kümmern. Mhm. Dann habe ich mich gerade noch fertig angezogen, schlüpft gerade in die Schuhe rein, läutet das Handy schon wieder. Anruf einer sehr guten Freundin aus Everding, ja, bei uns werden heute keine Unterstützungserklärungen unterzeichnet. Das war wohlgemerkt der 9. August. Das war der 9. August. Und da hat man sie dann darauf hingewiesen, also frühestens am 11. August, weil vorher hat man die ganzen Unterlagen noch gar nicht. Mhm. Ich habe mich dann wirklich fertig angezogen, ins Auto gesetzt, auf die Gemeinde nach Willerin gefahren und habe mich nicht gleich zu erkennen gegeben, da war eine neue am Empfang, die mich nicht kannte und habe gesagt, ich möchte gerne eine Unterstützungserklärung unterschreiben. Nein, sagt sie, das geht nicht. Dann sage ich, warum? Sag ich, heute ist doch der 9. August oder ja, ja, aber es geht erst ab morgen. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne an Herrn Müllbeck gesprochen, das ist der Bürgermeister. Und dann hat man mich ein bisschen warten lassen. Dann ist er gekommen mit seinem Gemeindesekretär und sagt, ja, was denn da los ist? Ja, sage ich, Unterstützungserklärung. Warum nicht? Und sie haben bereits mehrere Menschen abgewiesen, die jetzt ein zweites Mal herfahren müssen, wenn sie noch eine unterzeichnen wollen. Ja, wenn wir nicht können, können wir nicht. Wir gehen jetzt zu der zuständigen Dame ins Büro. Dort hieß es, ja, sie hat die Mitteilung vom Innenministerium. Das Ganze geht erst ab dem 9.8. um Mitternacht. Aha. Da hat aber kein Gemeindeabend offen wohlgemerkt. Ja, die haben vielleicht eine Nachtschicht eigentlich, wer weiß das schon. Dann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht, wir rufen gemeinsam am Innenministerium an. Und dann hieß sie, nein, das wollen sie nicht, weil man könnte sich ja blamieren, einen Fehler machen. Und dann hat man angerufen bei der Landesregierung in Oberösterreich, also in Linstein, und dort hat die zuständige Dame gerade fünf Minuten vorher eine E-Mail mit der Wähler-Evidenzliste weitergeleitet gehabt, die bereits bei ihr am Freitag davor aufgelaufen ist. Also sie hätte eigentlich am Montag das weiterleiten müssen an alle Gemeinden in Oberösterreich, damit die das Wählerverzeichnis haben, weil nach dem Wählerverzeichnis muss man feststellen, wer am 9.8. wahlberechtigt ist und nur der darf eine Unterstützungserklärung ausfüllen. Und ich konnte dann letztendlich als Erster in Willering für mich selber eine Unterstützungserklärung ausfüllen und habe dann auch noch andere informiert. Und das hat also bei mir wirklich am Dienstag den ganzen Tag das Telefon geläutet. Aber Entschuldigung, man konnte generell keine Unterstützungserklärungen zu diesem Zeitpunkt, also am 9. August im Wählerring, dementsprechend ausfüllen. Nein, erst nachdem ich das so weit getrieben hatte, dass man die ganzen Sachen hatte. Jetzt wissen wir ja das Thema Unterstützungserklärung, es ist ein Aufwand. Man muss ja extra hinfahren, man muss die Unterstützungserklärung unterschreiben, sie wird abgestempelt und dann muss man ja die Unterstützungserklärung entweder zu den Kandidaten bringen oder per Post schicken. Also es ist ja doch ein Aufwand auch damit verbunden. Jetzt konnte man in Willering einen Tag später erst, nachdem du dich dort aufgeregt hast sozusagen, dort die Unterstützungserklärungen abgeben. Es fehlt den Willeringern, wenn man so will, einen Tag. Ein Tag. Ja, den Willeringern fehlt ein Tag im Vorarlberg in sieben Gemeinden. Zwei Tage, weil da hat man es erst ab dem Donnerstag ausgestellt. Also ich habe ja aufgrund dessen, weil ich viel unterwegs bin, eben auch überall Freunde und Bekannte und in Willering war es in Hörbrands nicht möglich, es war in Bregenz nicht möglich, in Göffis nicht möglich, in Dornbirn nicht möglich, also in vielen Gemeinden nicht möglich. Und auch in Niederösterreich, auch im Burgenland, also generell in ganz Österreich wird so geschätzt, war in 25 Prozent der Gemeinden es erst ab Dienstag, erst ab Mittwoch beziehungsweise ab Donnerstag mögliche Unterstützungserklärung abstempeln zu lassen und dann rauszuschicken. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wie kann das jetzt die Gemeinde beziehungsweise wie kann das das Land oder der Bund jetzt dann dementsprechend verantworten, dass jetzt die Unterstützungserklärungen eben in gewissen Gemeinden erst einen Tag oder manchmal zwei oder drei Tage später erst zur Verfügung gestanden sind. Wirst du diesbezüglich noch eine Beschwerde einreichen oder rechtliche Schritte einleiten? Du bist ja unmittelbar betroffen, weil du warst ja Kandidat. Ich war Kandidat, ich bin unmittelbar betroffen und ja, ich werde eine Anzeige bei der Polizei aufgeben. Danach... Wie schaut so eine Anzeige aus, wenn ich fragen darf? Indem ich einfach anzeige, dass wir behindert worden sind, beziehungsweise die Wähler Österreichs behindert worden sind, ihre Kandidaten zu unterstützen. Das heißt, es ist ja vielen ein Mehraufwand entstanden, denn manche müssen fünf oder zehn Kilometer mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zum Gemeindeamt fahren und dann wieder zurück. Und die Wartezeit ist ja alles dann verdoppelt. Und eine Bekannte zum Beispiel, die konnte erst eine Woche später dann hingehen, weil sie Schicht hatte. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge. Aber das Kurioseste und das ist etwas, was wirklich zur Anzeige gebracht werden muss, ist in der Gemeinde Forchdorf. Forchdorf bei Gmunden. Dort ging am Freitag ein guter Freund von mir auf die Gemeinde, hat die Unterstützungserklärung unterschrieben und wollte sie mitnehmen und sagt, der Gemeindebedienstete, nein, die gebe ich Ihnen nicht mit. Die sammeln wir und schicken es dann weg. Also vollkommen unüblich eigentlich. Also sowas gibt es eigentlich gar nicht. Gibt es überhaupt nicht. Habe ich auch vorher nie gehört. Und dann war es so, dann hat er sich mit einem Freund unterhalten, wird zu Hause auch sagt er, nein, nein, die musst du holen. Gehst am Montag nochmal hin und holst sie. Jetzt ist er am Montag nochmal hingegangen und sagt, nein, ich will jetzt die Unterstützungserklärung, die ich am Freitag unterschrieben habe. Und dann hieß es, die finden wir nicht mehr. Wir müssen eine neue ausstellen. Aber das dürfen wir eigentlich nicht, weil wir dürfen ja nur für einen Kandidaten eine Unterstützungserklärung ausstellen. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, was so passiert ist. Und das darf einfach nicht sein. Oder wir sollten ein demokratischer Staat sein, wo jeder Steuerzahler und Bewohner die gleichen Rechte haben sollte. Also warum kann dann in Wien jemand in drei Tagen 6000 Unterstützungserklärungen sammeln, wenn es bei uns am Land erst möglich ist, wenn Bürgermeister und Gemeindebedienstete Zeit haben, beziehungsweise Lust dazu haben. Denn in Piberbach hat man die Unterstützungserklärungen schon eine Woche vorher ausgestellt, unwissend, dass man das erst ab dem 9.8. machen darf. In Aschach an der Donau habe ich eine Unterstützungserklärung bekommen, bereits am 29. Juli, wo überhaupt noch gar nicht die Rede war. Und ich denke, unser Innenministerium muss sich ganz, ganz stark an den Haaren nehmen oder wo auch immer, um einmal die Mitarbeiter auf den Gemeindeämtern entweder zu briefen oder eine Memo rauszuschicken, wo drauf steht, was zu tun ist. Aber so kann es nicht sein. Denn die letzten zweieinhalb Jahre wurde viel genug Blödsinn mit uns angestellt. Das kann in Zukunft nicht so weitergehen. Wir sind ja auch von einer liberalen Demokratie zu einer Wahldemokratie herabgestuft worden. Glaubst du, braucht es in Bezug auf die Unterstützungserklärungen bei der Bundespräsidentenwahl, wir erinnern uns, 6000 braucht man, um dementsprechend als Kandidat gewertet zu werden. Braucht es hier Reformen? Muss da etwas geändert werden? Es braucht nicht nur Reformen, sondern das mit den Unterstützungserklärungen ist komplett irrelevant. Denn es ist erstens einmal eine Aufgabe, die sowieso weder jeder machen will noch kann. Also es kostet schon sehr viel Zeit, Nerven und Kraft, durch so sechs Wochen, ich will jetzt nicht Wahlkampf. Ja, Vorwahlkampf. Vorwahlkampf zu gehen. Das Wort Kampf gefällt mir nicht, sagen wir Bewegung, zu gehen und dann festzustellen, dass einem gerade von der Seite, wo man es nicht erwartet war, das sind ja alles Menschen, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Das sind eigentlich Dienstleister der Bevölkerung, Steine in den Weg gelegt werden. Und das sollte auf gar keinen Fall so sein. Da muss eine Reform her. Entweder man sagt, es braucht keine Unterstützungserklärungen, sondern es kann jeder... Und wie schaut das dann aus in weiterer Folge? Müssen dann beim ORF auf einmal 24 Kandidaten in der Mega-Elefantenrunde sitzen oder wie schaut das dann aus? Das ist ja dann die Frage. Wie ernst zu nehmen sind dann die Kandidaten? Weil die 6.000 Unterstützungserklärungen sollten ja doch auch eine gewisse Gewichtung auch darstellen, oder nicht? Ja, das kann man jetzt nehmen, wie man will. Wenn man sich so anschaut, wie einige der Wettbewerber die Unterstützungserklärungen zusammenbekommen haben, dann ist es sehr fraglich, ob das für die Systemkandidaten ein Hindernis ist oder eher Freude, mit den Leuten zu plaudern und nebenbei stempeln dann noch die beglaubigten Dinge ab. Oder ein Bier zu trinken. Ja, oder wie es der Lugner vor 6 Jahren gemacht hat, er hat jedem ein Packticket für die Lugner City geschenkt oder ein Eis. Also es gibt viel Reformbedarf. Aber ich würde sagen, es reicht ja durch die Handysignatur. Wir können ja heute fast alles über die Handysignatur machen. Wir können unsere Steuererklärung über die Handysignatur abschicken. Wir können Abstimmungen machen. Wir können eigentlich alles machen. Und das ist etwas, wo man halt nicht betrügen kann, weil es nur einmal da ist pro Bewohner und pro Handy. Oder dass man sagt, man muss wohl 6000 Unterstützungserklärungen sammeln, aber es reicht, dass man nicht auf die Gemeinde gehen muss. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und deswegen bin ich eben ein Verfechter der direkten Demokratie, wo es keine politischen Parteien mehr gibt, die Entscheidungen treffen und über die Bürger rüberstülpen. Sondern wo jeder, der heute im Nationalrat sitzt, später einmal ein Angestellter der Bevölkerung ist und genauso kündbar ist wie ein Arbeitnehmer, der seine Arbeit nicht richtig verrichtet. Und nicht einfach da dann fünf oder sechs Jahre drin sitzt, Geld kassiert und nichts tut, ganz ehrlich gesagt. Noch einmal ganz kurz zurück zu den Gemeinden und den Unterstützungserklärungen. Ähnliche Beispiele sind uns ja auch von anderen Kandidaten herangetragen worden, unter anderem auch von Unterstützern des FPÖ-Kandidatens, wo auch gesagt worden ist, die Unterstützungserklärungen waren vollkommen korrekt ausgefüllt. Aber der Stempel der Gemeinde war halt irgendwo falsch gesetzt. Somit ist diese Unterstützungserklärung dann ungültig. Jetzt wissen wir, Rosenkranz hat die nötigen Unterstützungserklärungen zusammen, weit darüber. Nichtsdestotrotz wurde hier auch, wenn man so will, Schindl oder betrieben. Steht jetzt auch die FPÖ oder muss sich auch die FPÖ jetzt die Frage stellen, ja, wir müssen dem, was da jetzt passiert ist, trotzdem auch nachgehen, weil das gehört einfach behoben. Da sind einige Fehler passiert. Siehst du da auch die FPÖ in ihrer Verantwortung? Ich sehe jede Partei, jeden Kandidaten, der Unterstützungserklärungen gesammelt hat und dem diesbezüglich etwas aufgefallen ist, in der Verantwortung und in der Pflicht etwas dagegen zu tun. Denn es ist nicht nur der Stempel falsch gesetzt worden, es wurde Leuten gesagt, nicht rechts zu unterschreiben, sondern links, wo gar kein Feld dafür vorgesehen ist. Somit ungültig. Genau. Es wurde im Land nicht Oberösterreich, Niederösterreich oder Burgenland reingeschrieben, sondern nur Österreich. Und das sind aber die Felder, die der Gemeindebeamte ausfüllt. Das heißt, wenn der nicht weiß, in welchem Land er tätig ist, dann sollte er besser vielleicht noch einmal Geografieunterricht nehmen. Und das am besten in der Volksschule, weil, tut mir leid, aber sowas darf nicht passieren. Also die konkreten Beispiele, die du jetzt heute genannt hast, da wirst du jetzt rechtliche Schritte einleiten, wie du gesagt hast. Ihr werdet euch das noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Wirst du auch mit anderen Kandidaten, eben die, die es jetzt nicht geschafft haben, die Hürde von 6.000 Stimmen zu erreichen, wirst du mit denen Kontakt aufnehmen und wird es da vielleicht eine Sammelklage geben oder eine ähnliche Form? Sammelklage ist, gutes Stichwort, ist in Österreich nicht zugelassen. Stimmt, ja. Aber ja, wir sind also relativ gut vernetzt. Zumindest sieben bis acht Kandidaten der parteilosen Bewerber. Und ich weiß zwei, also namentlich die rechtliche Schritte unternehmen werden. Das ist der Robert Marstall, das ist sehr wahrscheinlich der Konstantin Haslauer. Und ich werde mich heute Abend auch noch mit drei weiteren unterhalten, ob sie da mitziehen, damit wir den gleichen Wortlaut haben. Weil auch die haben das erlebt. Und ich denke, dass sich unser Innenministerium und die Abteilung Wahlen schon etwas einfallen lassen muss, damit es wirklich eine gültige Wahl gibt am 9. Oktober. Vor allem auch der § 7 Absatz 5 ist da ein wesentliches Thema. Man darf laut diesem Absatz oder laut diesen Paragraphen einer Person, also in dem Fall einem Johann Peter Schutte, eine Unterstützungserklärung abgeben. Ja, eine. Dort steht aber nicht geschrieben, dass ich einen Walter Rosenkranz oder einen Marco Pogo oder sonst irgendeinem Kandidaten nicht auch eine Unterstützungserklärung abgeben kann. Dieser Absatz, glaube ich, sollte auch noch einmal ein bisschen unter die Lupe genommen werden. Und ob sich da vielleicht dann noch etwas ändert, sei dahingestellt. Eine Frage noch, weil eben so viel Schindluder betrieben worden ist mit den Unterstützungserklärungen. Eine Wahlanfechtung, ist das ein Thema auch? Eine Wahl kann ich nur dann anfechten, wenn ich auf dem Wahlzettel stehe. Naja, aber du hast ja die Möglichkeiten nicht gehabt, weil du eben die nötigen Unterstützungserklärungen aufgrund, man muss so ehrlich sein, hättest du sie geschafft, wenn alles nach Recht und Ordnung abgelaufen wäre. Das ist jetzt rein hypothetisch. Sagen wir mal, ja, du hättest es geschafft. Und jetzt hast du es nicht geschafft, weil du eben, weil dort gewisse Dinge nicht ordnungsgemäß über die Bühne gegangen sind. Meiner Meinung nach kann man da sehr wohl auch eine Wahlanfechtung in irgendeiner Form dann durchsetzen, oder nicht? Ja, ich werde also auf jeden Fall alle rechtlichen Schritte unternehmen, die möglich sind. Ich habe heute mit 37 Menschen telefoniert in ganz Österreich, von denen ich zu 100 Prozent weiß, sie haben schon teilweise vor über einer Woche die Unterstützungserklärungen zur Post gegeben und weggeschickt. Und genau von diesen 37 Leuten waren sie noch nicht da. Wir haben nämlich, wir haben eins gemacht, weil wir schon den Verdacht hatten, dass etwas vielleicht nicht richtig ablaufen könnte, habe ich mit 150 Menschen, die ich seit mehreren Jahren kenne, vereinbart, mir Bescheid zu sagen, an welchem Tag sie die Unterstützungserklärung wegschicken. Und davon fehlen eben genau noch 37. Und ich werde es jetzt, morgen und übermorgen noch ganz genau beobachten und auch am Montag, ob da noch was reinkommt, weil nach reiche Frist wäre der 6. September um 24 Uhr. Man staunt, um die Zeit ist dann sogar das Innenministerium Abteilung Wahl noch besetzt. Also die verpflichten sich auch bis 0 Uhr wirklich das anzunehmen, was wahrscheinlich nicht nötig sein wird. Doch meines Erachtens müsste jetzt mit dem 2. September ein Strich gezogen werden, alles für ungültig erklärt werden. Das Ganze nochmal richtig aufgesetzt werden. Und vor allen Dingen, es müssen die Gemeindeämter informiert werden, wer alles kandidiert. Denn die Gemeindeämter wurden nur dazu verpflichtet, vom Herrn Van der Bellen Vordrucke für eine Unterstützungserklärung zu haben, von keinem anderen Kandidaten. Die meisten Gemeinden hatten keine Liste, wer überhaupt antritt. Da muss man aber auch dazu sagen, viele Kandidaten haben ja auch erst am 11. August zum Beispiel. Ich glaube, der Tassilo Valentin hat erst am 11. August oder 19. August, irgendwann hat er seine Kandidatur bekannt gegeben. Das war der Staudinger. Aber der Tassilo Valentin hat auch relativ spät seine Kandidatur. Relativ spät, ja. Und da müsste man ja auch dann darüber diskutieren, bis wann kann man seine Kandidatur bekannt geben, damit überhaupt so eine Liste, wie du sagst, die auf der Gemeinde dann aufliegt, wo auch genau der Name steht, was einzugeben ist. Muss man Dr. Walter Rosenkranz schreiben oder reicht Walter Rosenkranz beispielsweise aus, um eine gültige Stimme abzugeben? Also man muss schon wissen, bis wann die Kandidaten dementsprechend festgelegt werden müssen, glaube ich. Also das sollte schon auch ein Thema sein. Das ist richtig. Also ich würde sagen, mit Beginn des Einforderns der Unterstützungserklärungen, also mit dem 9.8., hätte sich jeder gemeldet haben müssen beim Innenministerium. Denn es ist ja auch so, man muss ja einen Wahlvorschlag einbringen. Es reicht ja nicht diese Unterstützungserklärungen. Sondern ich als Kandidat muss von zwei nationalratsfähigen Unterstützern einen Wahlvorschlag haben. Das heißt, ich werde als Kandidat vorgeschlagen, die beiden müssen das unterschreiben und brauchen eine Bestätigung, dass sie auch wählbar wären zum Nationalrat. Das ist die Grundvoraussetzung. Und ich selber muss eine Einwilligungserklärung mit abgeben, dass ich mit dem Vorschlag einverstanden bin. Und das muss man halt dann so vorverlegen, dass das nicht mit dem Einreichen der Unterstützungserklärungen gemacht werden muss, sondern mit Beginn, wo man Unterstützungserklärungen generieren kann, feststehen muss, wer ist alles auf der Liste oder wer bemüht sich alles drum. Und dann muss ich vielleicht, und bei uns in Österreich wird sowieso so viel Papier verschwendet auf den Ämtern, dann mache ich halt ein DIN A1-Plakat, wo von jedem Wahlwerber ein Passfoto drauf ist und eine kurze Beschreibung. Ich meine, die Polizei macht es ja mit allen Menschen, die sie suchen auch. Da gibt es ja auch die Steckbriefe. Und ich denke, ein Bundespräsidentkandidat ist wichtiger, über den Bescheid zu wissen, als das Detail von einem Verbrecher. Also es ist schon sehr, sehr viel zu tun bei uns. Also das Thema Wahl wird bei dir definitiv noch in den nächsten Tagen und Wochen ein wesentliches Thema sein. Du wirst dich, wie gesagt, noch mit den rechtlichen Schritten da wahrscheinlich auch mit einem Anwalt einschalten. Wir werden wahrscheinlich mal schauen, was da herauskommen wird. Wir wollen auf jeden Fall dranbleiben an dieser Geschichte, weil, wie gesagt, da einiges schiefgelaufen ist und du ja bei weitem nicht der einzige Kandidat bist oder warst, der da eben seine Bedenken geäußert hat und wo wir einige Fakten bereits zusammengetragen haben, wo eben in diversen Gemeinden hier wirklich Schindluder betrieben worden ist. Peter, die Wahl ist gelaufen. Wie wirst du jetzt weiterhin agieren? Wird man dich im Corona-Maßnahmenwiderstand noch antreffen? Wirst du weiterhin auf Demos unterwegs sein? Wie wird dein politischer Werdegang jetzt weiterhin aussehen? Also ganz ehrlich, ich habe mir das auch überlegt. Meine Partnerin hat auch gesagt, wie machst du jetzt weiter? Ich mache so weiter, ich werde nicht aufhören. Solange in Österreich die Regierung weder Gesetze noch Verordnungen selbst einhält und willkürlich welche in Kraft setzt und das so weitergeht, werde ich nicht von der Straße weichen. Ich werde erst dann von der Straße gehen, wenn das alles wieder in Ordnung ist. Also wenn die Maßnahmen zurückgenommen sind, das hat jetzt nichts allein mit Corona zu tun, sondern generell mit dem Digitalisieren aller Daten, mit diesem sogenannten grünen Pass, mit dem Social Credit System, mit dem Abschaffen von Bargeld. Also das sind alles Themen und vor allen Dingen die Energie und das Nicht-mehr-Leisten-Können des Lebens. Das sind die wichtigsten Dinge in der Zukunft und vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass wir nicht wirklich unsere Neutralität verlieren, denn wir sind knapp davor. Letzte Frage noch, wen wirst du bei der Wahl jetzt unterstützen, beziehungsweise gibst du auch bekannt, wen du wählen würdest jetzt? Also wenn ich es nicht wirklich noch schaffe bis zum Dienstag um 24 Uhr, dann werde ich sehr wahrscheinlich einen Kandidaten unterstützen, der sich auch erst für mich spät geoutet hat und sich auch aber erst beweisen muss und das wird sehr wahrscheinlich der Rosenkranz sein. Dann sage ich danke Peter, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du mit uns über dieses Thema gesprochen hast, die Unterstützungserklärungen. Sie werden uns noch länger begleiten, davon bin ich überzeugt, spätestens in sechs Jahren, wenn wieder Wahlen sind. Diesbezüglich werden wir hoffentlich dann vielleicht schon Reformen erlebt haben oder es wird vielleicht schon besser ablaufen. Wir sind gespannt, glaube ich. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und von Willering zu uns gekommen bist. Ja, und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim RTV Talk Kompakt.